Der Rothenberger Meisterpreis ist für mich eine große Erfahrung, neue Kniffe und Tricks zu lernen. Vielleicht hat ja einer oder andere eine Idee, wie man sich leichter tut mit irgendwas. Eine Herausforderung, mich mal zu vergleichen mit anderen. Eine Chance, mal zu zeigen, was man drauf hat. Rothenberger Meisterpreis! Mein Ziel ist, wie immer zu gewinnen. Ob ich es schaffe, ist eine andere Sache, aber ich werde mein Bestes geben. Klar, gewinnen will jeder, aber so ein richtiges Ziel ist eigentlich nur, dass man wirklich viel mitnimmt und lernt für sich selber. Sich bei so einem Wettkampf natürlich auch arbeitsmäßig weiterzuentwickeln, seine Techniken zu verbessern. Zeigen, was man drauf hat. Einfach Spaß zu haben. Ja, dabei sein ist alles, aber wenn der erste Platz raus springt, ist es auch nicht schlecht. Am meisten Spaß gemacht hat mir eigentlich, mich hier mit den Besten zu messen. Das ist einfach so ein schönes Erlebnis. Das hat man nur einmal und man lernt so viel wirklich dazu. Vor allem war alles cool. Es ist eine Erfahrung, die man braucht. Wir haben uns gut unterhalten, wir haben uns gut ausgetauscht. Wir haben uns auch gegenseitig geholfen und es war geil. Die Erfahrung kann keiner einem nehmen. Es macht riesengroßen Spaß und ich werde da nur positiv von sprechen.